hey leute und willkommen zurück zu 7 days to die wir haben die nacht überlebt der schmidt stone der ist unten ich bin gejagt anscheinend ja da ist irgend so ein zombie gewesen der hat uns gespürt hier draußen war ja der bär und minen da müssen wir aufpassen am besten haben wir direkt ab oder ist das die sonne oder gott das ist mein spiegelbild ja denkt dran denkt dann überall minen dann ja wir haben ab ja ich will auf jeden fall raus aus diesem gebiet hier das ist nichts alter ist es hell das macht irgendwie ist nicht mehr komisch aus hier ja wir brauchen auf jeden fall wieder holz und bunny hoppen ja das auch dann kann ich ja hier mein holz den baum wieder abbauen diesen rucksack ich muss was einstürzen lassen nach dieser stressigen nacht nur ein klein bisschen was wie mit der toll ist das ein stopp schild kann man das mitnehmen naja das geht leider nicht wer witzig für die zombies so überall stopp schilder halt stopp hier kommt unsere basis betreten auf eigene gefahr 69 pfeile das hätte ich nicht von dir gedacht ja war ja auch nichts dafür ich habe immer eine erstattachs dabei kriege ich kohle da aus dem ja warum nicht vogelnest wo gehen wir heute hin wieder nach hause oder soll man irgendwo mal erkunden gehen so ein bisschen aber wir wollen essen eigentlich ja ich werde direkt nach hause gehen erstmal danach kann man glaube irgendwann mal ja richtig in der nächsten session vielleicht noch irgendwo richtig geil irgendwo einfach was weiß ich machen ja ich würde in die stadt noch mal gehen in eine andere das ist die frage hey ist wasser doch nicht wo bist du da und da ist ach genau ich brauche Antibiotika und da kommt ein adler pass auf jetzt bist du auch infiziert nicht hast glück gehabt hol mich wenn wir kaufen nichts der berg ist cool habe ihn hast du okay auch gut man sieht der ekelhaft aus ja nee dann lass nach hause gehen ja weg to the hood das bist du nicht bist du ist ein zombie ich würde aber sagen wenn wir minibikes bauen in näherer zukunft dass wir so ein paar regeln fest setzen dass man halt immer benzin wieder mitnimmt und so weil am ende hängen wir dann da wieder ohne benzin rum und kommen nicht weg von der stelle ist nicht so cool ja gut dass das muss eigentlich nicht unbedingt sein aber am besten nicht ins wasser dann war es mal ein minibike dann kannst du das nicht mehr einsteigen ich habe mal das mal bei mir passiert als ich die grafik einstellen ganz unten hatte mich an ins wasser gefahren euch das zu spät gesehen habe und dann muss ich da erst mal ein ein bisschen rumgraben bis ich das irgendwie mit voll viel mühe und dann wieder rausbekommen habe ist aber schon eine lange zeit her ok lass es abhauen lass mal hier hoch gehen die straße oder und dann vielleicht geradeaus wieder zu unserem berg weil ich möchte nämlich wieder gucken ist das eigentlich eine insel da theoretisch könnten wir auch zum händler laufen noch mal was passiert wenn du auf der insel deine basis baust dann kommen die aus dem wasser und wie rambo mit dem messer mit dem messer geht das besser mit dem messer geht das toll ich bin schneller als du ich werde rennen hier ist ein rucksack ich habe markiert ich habe ich habe ich habe markiert ich habe 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 ich herr mein neues auto ja geil zwei mann du wolltest doch schon immer hin und du kannst ihn ja anziehen das herrn gefunden hey was ist das nicht der händler bei dem bevor er waren das sehr hinter ach wir sind das ist der händler der stadt der stadthändler da können wir wieder neues verkaufen das hier eigentlich blumenfeld springen ich bringe die in die arme du hast mal ein bisschen das mikro bewegen ich verkaufe ich verkaufe ich bin klar ich verkaufe nein scheiße ok was verkaufe ich das alles wir haben ja geteiltes sachen was passiert wenn ich denn boxe nein mache ich lieber nicht äh brauchen wir den bergbeherrn wirklich oder ja zieh den an ja ja warte äh sollte ich eine stahlschaufel verkaufen ja aber die sieht blau aus die ist cool bä 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 oh mein Gott du kannst ihm nicht kräftig Geld in die hinterher zu bringen warte er hat gekauft hat er ein feuer hier ihre weise ist nicht der hat eine kaputte forge die wir noch nicht gelootet haben 14 dann müssen wir hier mal ein feuer machen ich mach mal kurz ein feuer hin also ich guck mal an bücher schützengewehr ja toll wir haben nicht so geile sachen sollen wir einfach in der stadt in die stadt gehen ich darf im ding hier nichts bauen nein du darfst hier drin nicht bauen das geht nicht stößt gegen die regeln eine nacht sich das brillen gerät ok warte da ja dann tue ich noch mal kurz hier was kaufen dann können wir irgendwo kurz ein feuer aufbauen dann können wir hier fett essen kochen ich habe gerade ordentlich geld gemacht also in der zeit so wie macht man eigentlich Stahl? wie macht man Seife? Seifenstahl? Stahlseife? ja weiß jetzt nicht der mag mich, dich mag den nicht oh hier ist Essen drin machst du noch Essen? nope, ich habe Fleisch altes Sandwich ich brauch mal zwei Suppen hier lass mal blündern gehen nee, lass mal gucken ob der hier irgendwas cool ist ah, schein nicht wir haben hier schon eigentlich gelootet von daher ja ok, dann lass es abbauen essen ich bin schon raus aber wir will essen ja, wir haben oh, der ging schnell schlürf, schlürf jetzt kriege ich auch Hunger konzi nein, nicht essen, reden, ich kriege Hunger sonst muss ich die Folge unterbrechen jetzt wird's die Sauersoße auf Reis drauf um, super Zombies, Zombie in die Reihen, äh, Blut, ähm und dann noch so ein saftiges Steak auf nem Burger so ein Barbecue Steak, ne schön geräuschert mhm mhm, hör auf ach du Schei ja lass die holen, komm ja, wollte ich grad sagen das hast du wieder angerichtet, nur weil du wieder von Essen reden musst stimmt, ja, nur weil ich geredet ja, tut mir leid ich, ich, ich aime für Headshots aber das ist komisch, ne das ist echt komisch oh, ich hab dich abgeschaffen Quatsch ich komm mal auf deine Seite das ist gesünder für mich alter, geh nicht ins Feuer du hast ein Feuer? ja alter, komm schon nein, verschwinde haltet die Wellen zurück ich schieß aber nicht, ich schieß aber nicht nur mit Pfeilen ja, klack das vielleicht die Großen, die, die immer voll viel schlucken an Schlägen naja, natürlich, ich kann, ich kann schon jetzt da nix niemand hat das? niemand? ja, ich hab geworfen wow ich hab ein labbriges Brot rausbekommen die coolste Brille im Spiel rausbekommen ne, die kennst du schon ich bin wieder level ab alter und ich muss ein gespickter Knüppel mal lernen da geht mir bald zur Neige wo bist du denn überhaupt äh sieh mich an yeah das ist die coolste Brille ich bin oh, warte, mir ist warm Moment was geht denn? ja, lass mal zum Ende was? 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 ne, lass mal hier durch die Stadt äh, flendern und guck mal, ob wir irgendwas mit Bauplänen finden da müssen wir es looten wir sind ja noch nicht wirklich weit in der Stadt gewesen ja, richtig ja, lass nach Bauplanen Dinger suchen so äh, hier das links ist schon mal nicht oh, hüff, ich wollte gerade reingehen na, gehen am besten zusammen rein zusammen das ist auch schön komm, wir machen das zur Basis ähm da läuft ein Zombie okay, hier läuft es gerade gut mit den Frames klebstoff klebstoff ich weiß haben wir schon im großen Haus? ne, aber das, das machen wir ja mit der Ruhe mal oh, eine Feuerachst oh, low äh, die Wasser-Theater da gehen wir auch später rein ja, die Wasser-Theater, okay ich würde sagen, die coolen Gebäude, ähm, waren wir uns mal auch die Wasser-Tanks? wir können die Wasser-Tanks endlich mal benutzen mhm, weil wir doch herausgefunden haben, dass wir Wasser brauchen ja gut, aber wir sind halt schon ziemlich weit weg von zuhause lassen wir, lassen wir da hochlaufen, oder? hm? ja, aber ist ja egal, weil dann können wir ja einfach das Wasser mitnehmen das, äh, trübe Wasser und dann daraus richtiges Wasser machen ja gut, wir haben, wir haben halt ja, richtig, wir haben halt genug, da brauchen wir jetzt nicht die Zeit für nutzen Poopypants Daycare hä? Poopypants Daycare ach so, ja, da waren wir schon mal da waren wir schon mal drin oder ich zumindest wir waren in Poopypants Daycare? ich war da schon mal drin als ich Essen gesucht habe Poopypants Daycare, ich will in Poopypants Daycare reingehen dann kannst du ruhig reingehen mein Poopypants Daycare, ich wollte es nochmal sagen Poopypants Daycare äh, wir sind aber ganz viele Zombies hast schön gemacht die Fire Station ist richtig geil Painting so läuft das Leute, so läuft das warte, liest ihr das hier, um eine neue Materialgruppe im Farbmenü vorzuschalten ok warum nicht jetzt habe ich Wall Coverings yeah komm, scheiß, scheiß mal auf die Axt hier und das und das au au ich habe richtig Fleisen und ich bin gleich tot äh, warum? weil Gegner uh, Erste-Hilfe-Verband und Medic hast du Rüstungen gemacht? was sind Rüstungen? Rüstungen Pflanzerung ne, das ging nicht da, scheiße hat einfach ein Feuerwehrzombie hinter mir so wenn du Rüstungen hast, ich habe hier einen Bauplan für dich hier ist eine Wending Maschine drin cool und ein, äh, ein Tresor oh, hier geht's rein komm schon man wie geht's noch ins Bad? äh, soll ich Nägel zerlegen oder? ja brauchen wir noch nägel ok können wir zur Not herstellen jo ein paar Gläser ja, ich habe nicht eine Dose au, da war ein Klo drin ja nicht du hast Rüstungen, sagst du, ne? oder soll ich das lernen? ich weiß, äh, nimm's einfach mal ich habe keinen Plan na komm Wartei 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 big mama Hilfe, ich bin tot ah ah bist du jetzt tot oder stirbst du gerade? wartei also ich bin fast tot oh, ok ah, ok scheiß drauf cool ah, jetzt habe ich Dinge verloren oh ne scheiße, jetzt bist du dran big mama bist du dran haha, alter haha, direkt ein Kopfschuss tot boah haha, hier hat alles verloren huh mehl leg die rinierte mit der Surhan an äh, so ich bin doch gut vorgeheilt ach so Rezepte bereits bekannt das andere habe ich gelesen meine kacke, jetzt habe ich 25 Leben na gut, das geht aber ja, ich habe eine genommen ja, ok aha hä, was ist das denn? na komm, ich baue es so ab oh, Nudeln magst du Nudeln haben? oder brauchst du noch Essen? ich habe eben Essen gefunden ja, dann ist kommen wir hier eigentlich hoch die Feuer oh ne, ist einfach nur Deko Objekt nam 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 ok, ja mal ok, ja alles durch gewesen ach ne, oh miss doch nicht das war eine kacke, dieser Zombie vier Station hier bin ich gleich durch boah, ist das geil hier oben wann geh, wann stehen Zombies auf? wenn ich zu nah bin oder wenn ich zu laut bin? beides, glaube ich mit der Zeit irgendwann das war alles raus, weil ich jetzt nichts so brauche ah, Eisenstiefel kann ich nicht mehr lesen musst du lesen ich glaube ich kann die auch schon ich bin mir aber nicht sicher im Moment Lederstiefel na, lesen wir einfach hast du noch durch die Tür passt, Big Mama ok, habe ich jetzt alles? ich habe alles ok durch rushen la 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 laut machen, ganz viel laut la 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 und tschüss diese Basis sieht schon richtig geil aus so mit einem richtig fetten Fenster oben ok, ich bin voll ich gleich auch oh, fein uuuh, mit klar uuuh cool das ist echt gemütlich ich muss auch mal reingucken ja, geh ruhig, hier ist die Tür oh, wie freundlich dankeschön oh gehe ich noch mal ein bisschen vor boah, das hier alter ist das fancy geil oh, Wending Machine mehr Nudeln na gut, ich geh jetzt richtig nach Heimat coooool ja, komm hinterher ich bin direkt hinter dir es weh sehr gerne mhm wir müssen so eine Montage machen nach Hause laufen ja oder wir machen einfach so wir machen immer so Cuts rein und dann machen wir einfach so einen total behinderten Kamik-Schnitt ich glaube ich will nur eine Montage machen Ich mach ne Montage hier einfach. Kann ich durchlesen, reden. Lalalala. Klar. Ähm. Du bist noch an meinen Fersen, oder? Jo. Also, Leute. Uh, da war's. Da war der Arm weg. Oh ja, tot's am. Waaah. Ich glaub links. Smackdown. Oh, Level ab. Hahaha. Oh, wir haben's weit. Wir haben's Kilometer weit. Äh, hab ich. Egal. Wir müssen halt voll weit laufen jetzt. Hm. Wir haben's Kilometer weit. Äh, hab ich. Egal. Wir müssen halt voll weit laufen jetzt. Hm. Hm. Das könnten wir ja neben der Folge machen, weil wir wieder am Ende einer Folge sind. Das heißt, dass wir die nächste Folge dann da starten. Ja, ich glaube. Ich lauf jetzt einfach durch. Ist mir egal. Ja, ich werde die Folge jetzt beenden. Warte Gott, ich mach das grad so. Ähm. Du kannst aber nicht beenden, wenn ich schon nach Hause lauf. Doch, ich schieße dich jetzt ab. Ich schieße dir ins Bein. Ja. Aber ich bin grad mit in der Montage. Nein. Dann bin du sie dort und ich bin zu Hause. Okay. Na gut, ihr wisst Bescheid. Wir sind dann am Ende einer Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ähm. Ihr wisst auch Bescheid. Wir sind dann in der nächsten Folge zu Hause. Wir werden nix groß jetzt machen. Wir werden eigentlich nur durchlaufen. Außer wir sterben 30 Mal, verlieren alle eure Items. Ja, oder. Oder das passiert. Oder das passiert. Ja. Jedenfalls, ähm. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.